BUSDRIVER Ok, mal Gas geben Tür auf Was ist das für eine Scheiße? Geht doch! So Mollen wir doch gleich mal hier ein bisschen Gum-Gum geben Weil wir nämlich nicht dumm dumm sind Ich glaube, ich fahr aber mal hier rüber Ja, das war auch eine gute Lösung Ich fahr hier sowieso wie normal So So Das nächste Projekt hier danach weiß ich noch nicht Muss ich euch ganz ehrlich sagen Das weiß ich jetzt noch nicht, was ich daneben werde Weil... Ah, das ist schwer Das weiß ich nicht mehr Hm, 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 hm Hm, hm, hm Oh, dein ist grün, das heißt, wir kriegen Wenn hier rot ist, ist da grün Das heißt, da ist immer umgedreht Gut zu wissen Muss ich da? Immer gut zu wissen Ist er das vor mir? So Hm Wollen wir doch mal hier Sturgas geben Hm Roll rein Hä? Oh, falsche Richtung Scheiße Da geht noch Das war der Ja, ich bin echt gut Das war ein Das steht immer da, ich soll so weit ausholen. So mache ich das doch aus. So. Weißt du, kriegst du so einen schönen großen Bus und es fahren so wenig Leute mit. Das peil ich irgendwo nicht. Das ist ganz ehrlich zugegen, ich peil es nicht. So einen schönen großen Bus. So wenig Leute, die mitfahren. Ja, jetzt muss ich mal kurz so fahren. Weil ich sonst nicht sehe, wann ich den nach vorne drauf kommen könnte. Ja, ist halt so. Hat der aber sehr viel Vertrauen in den Arm begabt. Hahaha. Ah, jetzt bin ich ein bisschen too late. Okay. Halt die Schnauze. Ja, Blinker anhaben und los, war nicht schlecht. Ähm, ja. Wie viel Platz habe ich noch nach vorne? Da ist ja noch. Ist ja noch haufenweise gewesen. Kurz anblinken. Das ist dumme Marotte meistens. Ähm. So. Sollte ich jetzt voll Gas geben? Immer so eine gute Frage hier in den Spiels. Soll ich mal voll Gas geben? Nein. Ich ampel, ich rot. Erst ich, dann du. Sorry. So, hier geht's gerade. Ist das in euer Ernst? Oh, das könnte jetzt eng werden. Was? Äh. Oh. Äh, ja. Den hab ich gar nicht gesehen. Ach, fuck. Ah, wir sind so schön gefahren. Und jetzt bräuchte ich so eine Scheiße. Schnauze. Ich geb schon gar nicht mehr richtig Gas. Holen. Jo. Ja, da sind wir schon mal, glaube ich, reingefahren. Ach, Mann. Zum Ende baue ich wieder Fehler wie nichts. So. 20 Leute mit dem Bus. Das ist doch gar nichts. Da passen viel mehr rein. Das war's dann auch schon wieder von dieser, äh, diesen schönen Part. Let's play Bust Forever mit einem Fail zum Schluss. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.